Hallo meine Lieben, hier ist wieder Christian der Auswanderlux und im heutigen Video möchte ich über Spartipps in der Schweiz sprechen. Bevor ich aber anfange, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr alle Nachrichten, wenn ich mal Community-Beiträge teile oder wenn ich ein neues Video poste, ein neues Video veröffentliche. 85% der Zuschauer sind keine Abonnenten, 15% sind Abonnenten. Würde mich sehr über ein Abo freuen. Jetzt direkt ins Thema rein, wie kann man gut sparen in der Schweiz, wie habe ich das gemacht, als ich hierher gekommen bin oder vielleicht fange ich so an, als ich in Deutschland noch gelebt habe, da war so, dass was am Ende des Monats übrig geblieben ist, das habe ich auf mein Sparkonto getan, also auf mein Tagesgeldkonto und das war dann immer halt so, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nichts, meistens weniger, weil ich dann immer zum Ende des Monats noch dachte, okay, ich habe ja jetzt noch so und so viel Geld, ja, okay, was könnte ich mir jetzt noch Schönes dafür kaufen und dann war irgendwie die Disziplin nicht groß genug und dann bin ich hierher gekommen und dann hat meine, also ich bin hierher gekommen wegen meiner Frau, wegen die Schweizerin und da haben wir mal so drüber Geld gesprochen und so und dann hat sie mir irgendwann gesagt, so wie sie das macht, sie hat ein Budget sich erstellt und hat dann verschiedene Unterkonten erstellt, das geht hier auch in der Schweiz viel einfacher und viel besser als in Deutschland. Es gibt auch verschiedene Online-Konten, also wirklich so Smartphone-Konten, wo man dann verschiedene virtuelle Konten einrichten kann, das ist auch noch wirklich eine coole Sache und dann kann man so verschiedene Töpfe erstellen und hat dann so eine viel bessere Kontrolle über seine Ausgaben. Aber eben das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Ausgaben kontrolliert, das muss jetzt nicht sein, also das wäre natürlich das Optimalste, wenn man es so macht, dass man ein Haushaltsbuch führt, dass man wirklich aufschreibt, was habe ich wofür ausgegeben, ist ein bisschen mühsam. Die Erfahrung sagt, dass eigentlich die meisten das nicht so aushalten auf die lange Zeit. Vielleicht ist das für eine gewisse Zeit mal ganz gut, so für drei Monate, für ein halbes Jahr, dass man das wirklich mal macht, ist auch ein bisschen, eben muss man Zeit für aufwenden, ist auch ein bisschen mühsam. Aber das hilft auch, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was man denn für Ausgaben hat und wofür man Geld ausgibt und ja, vielleicht kann man das ein bisschen mehr zu mehr Disziplin bringen, so war es zumindest bei mir damals. Und ganz wichtig ist dann Budget erstellen, vielleicht mal auch ein Beispiel jetzt von dem, was ich gemacht habe. Ich wusste dann hier in der Schweiz, Zahnarzt wird nicht bezahlt und dann habe ich halt ein Unterkonto extra für Gesundheitskosten gemacht, aber auch nicht nur für Zahnarzt, sondern auch für alle anderen Rechnungen, die da kommen, weil man hat ja hier in der Schweiz eine Fond schieße, muss die ersten Rechnungen selbst aus der eigenen Tasche bezahlen und habe dann jeden Monat immer 200 Franken auf dieses Konto gepackt und wenn ich dann mal Kosten hatte, dann konnte ich halt selber entscheiden, ja zahle ich die jetzt von meinem Konto oder wenn da nicht mehr genug drauf war, dann habe ich sie halt von diesem Gesundheitskonto bezahlt. Und so haben wir es auch gemacht mit Ferien, wir haben ein Ferienkonto, das heißt jeder von uns zahlt monatlich auf ein Ferienkonto ein, das ist ein gemeinsames Konto, was wir haben und ja, da haben wir halt unser Budget schon parat und mit dem müssen nicht irgendwie groß überlegen, wie viel wir jetzt für Ferien ausgeben, sondern wir haben halt nur dieses Geld und das ist dann halt dafür gedacht, ja. Und noch verschiedene andere Konto, ich habe ein Einzelsparkonto, wir haben ein gemeinsames Sparkonto, ja, habe ich noch eins, ich habe noch einen, ich sage mal Geldmagnet, nenne ich das, da packe ich jeden Monat 10% meiner Ausgaben, meine Einnahmen drauf und ja, wird halt immer mehr und das ist auch noch eine coole Sache, wenn euch das interessiert, der liebe Thomas, der Sparkiote, mein Kollege, YouTuber-Kollege, der hat mein Video darüber gemacht, ich glaube mehrere Videos über Geldmagnet, wenn es euch interessiert, schaut mal gerne da rein, ich verlinke es dann hier oben in der Ecke. Ja, ganz wichtig aber ist, man muss das am Anfang des Monats weglegen, dieses ganze gesparte Geld oder nicht warten bis am Ende des Monats und dann schauen, was ist übrig geblieben und dann wegpacken, sondern man muss es wirklich am Anfang des Monats wegpacken und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, weil da kommt man gar nicht in diese Überlegung rein, so, ah, was könnte ich mir jetzt noch Schönes kaufen, sondern eben, wenn das Geld noch dann da ist am Ende des Monats, dann kann ich mir halt was kaufen, wenn nichts mehr da ist, dann halt nicht mehr, weil vorher alle Sparbeiträge sind schon abgezogen worden. Dann noch ein guter Tipp, eine kostenlose Kreditkarte nutzen, nicht eine von der Bank, die vielleicht 100 oder 120 Franken im Jahr kostet. Es gibt kostenlose Kreditkarten und Masse in der Schweiz, manchmal sogar mit so Punktesystemen, so Cumulus und, ja, es ist super Punkten, so ähnlich wie Payback in Deutschland, das kann man dann miteinander verbinden, wenn man das möchte, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man braucht dann nichts oder keine Gebühr für die Kreditkarte zahlen. Natürlich muss man dann darauf achten, dass man dann immer am Monatsende die Rechnung komplett bezahlt und ja nicht die Zinsen, weil das sind dann irgendwie, ich weiß nicht, 14, 15, 16 Prozent irgendwie so, oder habe ich das nur noch aus Deutschland, ich glaube in der Schweiz ist es sogar gedeckelt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein zweistelliger Prozentsatz an Zinsen und ja, das will dann natürlich keiner gerne zahlen. Wer das nicht machen möchte, wer keine Kreditkarte jetzt haben möchte, wo man jetzt bezahlen kann und dann hinterher die Rechnung bezahlen kann oder bezahlen muss, sondern wer lieber so eine Art Prepaid-Kreditkarte haben möchte, für die kann ich empfehlen Transferwise, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, kann ich dann hier oben auch verlinken, gibt es auch einen Blogbeitrag von mir dazu, da erkläre ich das Ganze. Transferwise ist eine coole Sache, ist ein Multi-Währungskonto, da kann man wirklich verschiedene Währungen dann haben und man muss jetzt nicht unbedingt haben, aber man kann die freischalten und ich habe da ein Eurokonto, ein Dollarkonto, ein britisches Pfundkonto, Schweizer Frankenkonto und kann dann immer halt, also ich verdiene mein Geld in Schweizer Franken, lade dann Schweizer Franken hoch und tausche die dann dort um in Euros zum wirklich sehr, sehr guten Wechselkurs, viel besser als das bei meiner Hausbank und habe gleichzeitig noch so eine kleine Debitkarte dabei, so eine Debit-Mastercard, ist halt ein Hybrid aus Mastercard und Debitkart und kostet nur einmalig was. Damals war es noch kostenlos, jetzt kostet es glaube ich 5 Pfund oder so, ist jetzt aber auch nicht wirklich die Welt. und ja, wie funktioniert wie eine Prepaid-Kreditkarte, man kann auch im Internet damit bezahlen und so, ist wirklich eine gute Sache und man kann halt noch günstig im Urlaub damit bezahlen, weil man halt diese Fremdwährungsgebühren nicht so hat wie bei einer Hausbank oder halt einen viel besseren Umrechnungskurs. Das nur am Rande erwähnt. Dann, wichtig noch, unnütze Verträge, Abos, Versicherungen, wenn man sowas hat, so alte Versicherungen in Deutschland oder wenn man vielleicht generell irgendwelche Versicherungen auch mal angedreht, sage ich mal böse oder angedreht bekommen hat, so für den Mixer oder fürs Handy oder ich weiß nicht was, so kleine Sachen, da habe ich übrigens auch mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich dann auch hier oben in der Ecke, welche Versicherungen wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Generell sagt man ja, alles was existenzbedrohend ist, das muss man unbedingt versichern, alles andere eher nicht. So kleine Sachen, elektronische Sachen wie dieses Mikrofon oder den Laptop hier, das lohnt sich eigentlich nicht zu versichern, da zahlt man eigentlich dann hinterher nur drauf. Also wenn man jetzt mal annimmt, man versichert jetzt alle kleinen Sachen, dann müsste wirklich alles mal kaputt gehen und da zahlt wahrscheinlich dann eh sogar die Hausratversicherung, wenn alles kaputt geht, weil dann wird die Wohnung ausgebrannt sein oder so. Aber eben, das ist halt ein guter Punkt, Abos, die man vielleicht nicht mehr nutzt, irgendwelche Zeitungen oder Netflix schaut man vielleicht gar nicht mehr, wenn man keine Lust mehr drauf hat oder so, dann kann man das auch kündigen, das ist auch eine gute Sparquelle. Ich bin auch immer überrascht, was ich noch für Abos da manchmal finde, die ich schon lange nicht mehr nutze und dann muss man halt mal ab und zu mal da durchforsten. Dann in der Schweiz hier, die Schweizer werden es kennen, dritte Säule, wenn ihr das nicht kennt, die dritte Säule der Altersversorgung in der Schweiz, verlinke ich auch das Video dann hier oben, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, da erklären wir die gesamte Altersversorgung der Thomas und ich hier in der Schweiz. Und das kann man halt so sich vorstellen, wie ähnlich wie die Riester- oder Rürup-Rente in Deutschland, nur viel, viel besser, mal einfach ausgedrückt für uns, also für mich als Laien hier. Aber es ist halt eine private Vorsorge, eine private Altersvorsorge. Und das Gute ist, man kann die steuerlich gelten machen und so kann man ein paar hundert oder sogar einen vierstelligen Betrag im Jahr an Steuern sparen, kann ich nur jedem empfehlen. Sogar auch als Einwanderer kann man das, wenn man quellenscheuerpflichtig ist, ist eine gute Sache, kann ich nur jedem raten. Und eben für die Altersversorgung, Stichwort, Altersarmut ist das auf jeden Fall ein guter Punkt. Und es gibt auch keinen Mindestbetrag oder so, man kann da mit einem Franken starten, man kann auch 100 Franken einzahlen, maximal gedeckelt ist irgendwie 6.800 irgendwas Franken, das wechselt halt jedes Jahr, wird immer ein bisschen mehr. Zumindest war es in den letzten Jahren so und ja, also man ist da wirklich super flexibel und wenn man zum Beispiel eine eigengenutzte Immobilie sich anschaffen möchte, kann man das Geld auch wieder zurückholen. Und wenn man zurück nach Deutschland geht, kann man das Geld auch aus der dritten Säule wieder rausholen, das ist dann nicht ganz gefixt, man ist da jetzt nicht, man ist ja dann trotzdem flexibel. Wenn man hier in der Schweiz bleibt, muss es dann aber eigentlich drin bleiben. Es sei denn, man nutzt es halt für die Immobilie oder ich glaube auch, wenn man sich selbstständig macht, könnte man es auch noch rausnehmen, weil da bin ich jetzt, ja, zu viel will ich da nicht ins Detail gehen, da bin ich jetzt, da gibt es andere Fachleute dann für. Dann, der nächste Punkt, auf festes Internet verzichten, das hat auch der liebe Thomas, der Sparkoyote, der Name sagt es ja schon, hat er das auch so gemacht, eine ganze Weile lang, jahrelang hat er wirklich nur sein Handy gehabt und in der Schweiz hat man oft unlimitierte Datenverträge, das heißt, ich kann so viel Daten runterladen, wie ich will und auch hochladen, es ist nicht limitiert, es wird nicht irgendwie abgeschaltet oder irgendwann langsamer oder so, sondern es ist, wie der Name schon sagt, unlimitiert und er hat es dann immer so gemacht, er hat sein Handy als Hotspot genommen und hat dann seinen Laptop mit verbunden oder sein Smart-TV und hat dann darüber Netflix geguckt, ja, das war alles gar kein Problem, auch weil das Netz hier in der Schweiz extrem gut ausgebaut ist. Man hatte wirklich, also ich hatte noch nie wirklich super schlechten Empfang, das Schlechteste war mal 3G, aber selbst auf dem Berg, ich erzähle die Geschichte wahrscheinlich schon zum hundertsten Mal hier, habe ich mal einen Livestream gemacht bei Instagram, da war ich im Skilift auf 2000 Metern Höhe und habe da halt 4G-Netz gehabt und habe einen Livestream bei Instagram gemacht. Dann Krankenkasse, da kann man sich natürlich dann gegen alles mögliche versichern, man kann dann Zähne noch versichern, weil die sind in der Schweiz nicht direkt bei der Obligatorischen mit drin, man kann die Brille versichern, man kann irgendwelche chinesischen Medizin noch mit reinnehmen, man kann Privatpatient sein, was das Spital angeht. Ich bin aber eher ein Freund da, simpel zu bleiben und habe auch nur eine einzige Zusatzversicherung, das ist so eine Flexversicherung, das heißt, wenn ich ins Spital gehe, dann kann ich entscheiden, will ich wie in Deutschland wie so ein Kassenpatient behandelt werden, also wie ein obligatorisch Versicherter, da muss ich halt nichts groß draufzahlen oder will ich wie ein Halbprivatpatient behandelt werden oder wie ein Privatpatient und da muss ich halt oben noch was drauflatzen, aber das kann ich halt selber entscheiden. Ich bin eher der Freund davon, es möglichst simpel zu halten und dadurch einen niedrigen Beitrag zu haben. Dann als nächsten Punkt, aufs Auto verzichten, es kommt natürlich darauf an, das geht nicht immer, aber gerade wenn ich so daran denke, wenn man in der Stadt wohnt oder man hat ein sehr gutes, ausgebautes öffentliches Verkehrssystem in der Nähe, bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben direkt vorm Haus eine Tramhaltestelle, wir haben in ein paar hundert Metern Entfernung zwei Bushaltestellen, wir haben sogar in Fußnähe, also in Spaziergangsnähe, sage ich mal, haben wir einen Bahnhof hier, da können wir direkt mit der S-Bahn nach Zürich fahren, das sind so zehn Minuten von hier, ist wirklich super ausgerüstet, wir haben sogar gegenüber in der Überbauung haben wir so Carsharing-Stellplätze, da stehen immer zwei Autos zur Verfügung, wenn sie nicht gerade ausgeliehen sind natürlich, aber in der Regel steht immer eins da, es sind nie beide gleichzeitig weg, ja und wenn man jetzt wirklich nur das Auto braucht für vielleicht mal größere Einkäufe oder so, dann oder man will man Verwandte oder Freunde auf dem Land besuchen, dann kann man immer noch dieses Carsharing-Angebot annehmen. Meine Frau zum Beispiel, als sie in Zürich gelebt hat, am Anfang war ich auch noch mit dabei, ich brauchte halt ein Auto, ich musste nach Schaffhausen zur Arbeit, ich habe Schichtarbeit gemacht, das ging nicht so optimal mit dem, mit dem, mit Zug und sowas, aber sie hat halt, sie hat das Auto mehr als Bürde empfunden, eben, da muss man halt mal Reifen wechseln, muss man es in die Werkstatt bringen und muss man es reinigen und so und das wird halt alles abgenommen und auch der Parkplatz, der kostet auch eine ordentliche Stange Geld, bei uns in der Gemeinde sind so üblich 180 Franken pro Monat, in Zürich haben wir, ich glaube, 250 Franken gezahlt, was auch noch günstig ist für Zürich, es gibt auch Parkplätze, die kosten 300 und 350 dort, es gibt dann noch viel teurere, aber das sind dann Ecken, wo eigentlich, ja, das ist so eine Bahnhofstraße, Löwenplatz da, da habe ich dann mal einen Parkplatz gesehen, der hat 800 Franken im Monat gekostet, das ist natürlich dann für, für so, ja, Autonormalverbraucher, so wie mich, ist das dann eh nichts gewesen. Aber ja, das ist halt eine große Möglichkeit oder eine gute Möglichkeit, einen ordentlichen Batzen im Monat zu sparen, wenn man aufs Auto verzichten kann. Dann, nächster Tipp, mit Reka-Geld zahlen, wenn ihr das noch nicht kennt, Reka-Geld, das ist Geld von der Reisekasse, viele Arbeitgeber bieten ihren Arbeitnehmern an, Reka-Geld zu beziehen mit 25% Rabatt, das heißt, ich hatte immer so Einzahlungsscheine, 400 Franken habe ich eingezahlt, 500 Franken habe ich dann bekommen als Guthaben auf so eine, wie sagt man, ja, wie so eine Bankkarte halt, wie so eine Debitkarte, da war das Guthaben dann drauf und da kann man dann zum Beispiel in Ferien von gehen, dann kann man dann Ferien, also Reisen buchen bei dieser Reisekasse, man kann aber auch bei einigen Tankstellen kann man dann tanken, man kann auch in Restaurants bezahlen, man kann Bergbahnen damit fahren, ich zahle zum Beispiel meine Tickets noch oder meine Billets für den Zug, für das Tram, für den Bus zahle ich damit oder man kann auch in den Zoo damit zum Beispiel gehen in Zürich, da gibt es wirklich viele Angebote und da hat man halt immer einen ordentlichen Rabatt von 25%, was ja beachtlich ist. Dann das Schweizer Halbtax, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, ich verlinke es dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne anschauen, ist wie die Bahncard in Deutschland, da wird aber nicht unterschieden zwischen Bahncard 1. Klasse oder Bahncard 2. Klasse, sondern hier ist es halt für alle Klassen und da kann ich halt vergünstigt meine Zugtickets kaufen, aber auch meine Tramtickets oder für Postauto oder sogar für die Schifffahrt auf dem Zürichsee. Wirklich eine coole Sache, kann man auch dann in der App, also eben mit der App verbinden, so habe ich es dann gemacht und zappern in der Regel nur die Hälfte des Preises. Andere Möglichkeit oder nochmal zusätzlich, nicht eine andere Möglichkeit, sondern nochmal zusätzlich zu sparen, sind sogenannte Sparbillettes bei der SBB, wenn man rechtzeitig Verbindungen bucht. Ich muss zum Beispiel bald nach Bern zur Deutschen Botschaft, weil ich meinen Ausweis verlängern lassen muss, aber da habe ich jetzt schon vor, weiß gar nicht, eine gute Woche vor dem Termin habe ich dann halt geguckt in der App, ob es Sparbillettes gibt und ja, die gibt es und habe ich halt gebucht und gleichzeitig mit Reka bezahlt, habe ich jetzt irgendwie wahrscheinlich, weiß nicht, 75% gespart oder so, grob über den Daumen gepeilt. Also mit Halbtags- und der Reka-Karte im Verbund. Dann bei Aktionen oder bei Sonderangeboten, das ist jetzt nicht nur auf die Schweiz bezogen, sondern allgemein, so mache ich es auf jeden Fall. Wenn ich sehe, da ist irgendwas mega günstig im Angebot, Waschmittel 50% oder Wein 30% oder egal was, dann schlage ich wirklich zu und mache das Lager voll und zahle halt, bei vielen Sachen zahle ich nie den vollen Preis, weil ich immer genug auf Lager habe. Geht halt nur behaltbaren Sachen, Gemüse, Obst, Fleisch geht es natürlich nicht, aber ja, das mache ich so. Ja, ich bin da wirklich so ein kleiner Sammler, was das angeht. Wenn man bei Einkaufen noch sparen will, natürlich bietet es sich an, Deutschland ist nicht weit entfernt, man kann auch in Deutschland einkaufen gehen, kann da von den günstigen Preisen profitieren. Zusätzlich kann man sich sogar noch die Mehrwertsteuer wiedererstatten lassen, das geht dann so, dass man im Geschäft selber den Ausfuhrschein beantragt, dann wird der ausgehändigt, oft ist das einfach so ein Tastenklick, den die Kassiererin machen muss, dann kommt halt ein bisschen mehr Kassenbon, sage ich mal, raus, dann stehen da gewisse Angaben, muss man dann Adresse noch eintragen, geht damit zum deutschen Zoll, lässt das abstempeln an der Grenze, fährt dann nach Hause und beim nächsten Einkauf gibt man dann diesen ausgefüllten, abgestempelten Ausfuhrschein im Geschäft in Deutschland ab und kriegt dann das verrechnet oder kriegt dann auch, wenn man es möchte, kriegt man das dann als Bargeld wieder. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit zu sparen. Wenn ihr noch weitere Spartipps wisst oder wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin da sehr interessiert und die Community hoffentlich auch. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren. Ein Like würde mich natürlich auch noch sehr freuen, ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.